Hallo meine Freunde, willkommen zurück zu Express. Heute mit einem Server, der sogar, wer hätte gedacht, endlich mal User-Eingaben verarbeiten kann. Das ist etwas, was wir bislang noch nicht gemacht haben. Wir haben uns ja quasi noch gar nicht um den Request hier gekümmert. Wir hatten bisher nur, wo der Request eigentlich hingeht, was für eine Art von Request das Ganze ist und was wir damit vielleicht im Vorfeld alles machen können. Aber um solche Sachen wie Authentication, also Anmelden oder sowas, überhaupt möglich zu machen, muss natürlich der User auch in der Lage sein, überhaupt erst mal Daten angeben zu können. Und wir müssen diese Daten verarbeiten. So, das heißt, wir nehmen jetzt einfach mal an, wir wollen hier drin was entgegennehmen. Normalerweise sagen wir mal, sehen wir das vor allem in Post-Requests. Ja, Get-Request ist halt wirklich nur, hey, gib mir diese Webseite. Ein Post-Request hingegen, der sendet auch Daten an diese Webseite. Das heißt, sowas wie Anmeldedaten. Zum Beispiel eben Name und Value Bob. Ja, das sind Sachen, die macht man normalerweise im Frontend. Das heißt, ihr kümmert euch im Backend. Express ist Backend, nochmal ganz kurz hier gesagt. Ihr kümmert euch im Backend einfach überhaupt nicht darum. Ja, sowas passiert dann zum Beispiel in Angular im Frontend oder React im Frontend. Oder einfach nur so Ajax-Requests mit, I don't know, jQuery oder sowas. Ihr kümmert euch im Backend nicht darum, wo diese Daten herkommen. Selbst wenn ihr das ganze Ding entwickelt. Dafür ist eben Postman da. Damit ihr eben diese ganzen Sachen simulieren könnt, ohne wirklich vollständiges Frontend darum schreiben zu müssen. Weil das einfach sehr viel Arbeit und sehr viel Zeit auch braucht. Natürlich, dafür gibt es extra Frontend-Entwickler. Und natürlich gibt es auch Fullstack-Entwickler, die dann natürlich auch beides machen. Aber das ist hier nicht das Thema. Das könnt ihr, wie gesagt, gerne auch mit meinen anderen Playlists und so weiter kombinieren. Okay. So, ähm, zweiter Teil ist jetzt natürlich ihr Passwort. Und das wäre in unserem Fall, ähm, das häufigste genutzte Passwort tatsächlich ist leider immer noch 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bitte auf gar keinen Fall als Passwort benutzen. Es ist super, super wichtig, dass ihr das nicht tut. Aber hier zu Demo-Zwecken werden wir das jetzt mal verwenden. Okay. Ähm. Und genau, wir wollen jetzt diese Daten hier natürlich an, ähm, an Slash schicken. So, jetzt senden wir das natürlich und bekommen hier einen Fehler. Warum bekommen wir einen Fehler? Naja, ganz klar, weil wir natürlich überhaupt keine Post-Requests annehmen. Okay. Also, was wir hier machen, ist als allererstes mal, wir wollen, ähm, wieso gehen wir nicht einfach hierher und sagen hier, ne, wir machen das hier unten drunter, sagen App. Ähm, eigentlich kann ich mir das hier echt kopieren, ne? Wir kopieren uns das hier und sagen hier allerdings in Post-Request auf Slash. Soll gemacht werden. So, und unser Post-Request, der soll jetzt erstmal hier geloggt werden. Das heißt, wir loggen hier mal ganz kurz den Request und sagen einfach nur als Antwort Hallo Post-User, äh, Post-Root, damit wir wissen, was wir überhaupt gerade angefragt haben. Okay. Also, wir senden das ganze Ding nochmal und wir sehen hier Cannot Post. Post. Das bedeutet, wir akzeptieren serverseitig zwar Post-Requests, aber irgendwie keine Daten. Ich mach, ähm, beispielsweise oder beispielhaft einfach nochmal diese Daten raus und dann sehen wir, so, jetzt sehen wir, ähm, die Daten sind da. Jetzt gebe ich hier nochmal ganz kurz den Namen ein. Der ist Bob und das Passwort, Passwort, Passwort ist 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, ähm, manchmal, ja, genau, jetzt funktioniert das Ganze. Ich hab mich auch gerade schon ein bisschen gewundert. Ähm, wir haben hier tatsächlich jetzt die Möglichkeit, das ganze Zeug zu empfangen. Ähm, warum das davor nicht funktioniert hat, ganz einfach, weil ich zu doof war, den Server wirklich neu zu starten. Manchmal, ähm, mach ich auch eine Pause und so und dann muss man das halt mal neu machen. Okay, aber jetzt sehen wir ja hier, ähm, dass wir hier diese Daten zumindest mal hingeschickt haben. Wir machen jetzt hier nochmal ganz kurz einen Cent und jetzt gucken wir uns das Ganze hier unten mal an. Ähm, und ich scrolle dazu mal nach ganz, ganz unten. So, wir sehen hier erstmal, wo es herkommt. Wir sehen auch verschiedenste Sachen. Äh, aber wo ist der Body? Ähm, ich suche das mal eben. So, also ich hab das jetzt nochmal ganz kurz geändert. Ähm, ich hab natürlich nichts gefunden. Der Request.body wird jetzt hier geloggt, damit wir nicht alles sehen, weil das halt wirklich sehr, sehr viel ist. User Agent interessiert uns zum Beispiel überhaupt nicht. sowas wie das Postman-Token oder irgendwelche Accept-Tokens und so weiter und so fort. Die interessieren uns eigentlich relativ wenig. Wie gesagt, die ändern sich natürlich auch jedes Mal, wenn ich mich neu einlogge. Aber, was natürlich mich sehr, sehr stark interessiert, ist, was ist denn eigentlich in meinem Body drin? Sprich, diese Daten hier. Name und Password. Und, naja, wenn ich hier den Request-Body logge, dann sind die alle die feind. Hm, was ist passiert? Naja, ganz einfach. Ähm, ich versuche hier, den Body zu loggen. Der ist aber noch nicht wirklich gefüllt worden, weil diese Daten liegen halt hier irgendwo rum. Wir können hier mal ganz kurz nach Password suchen. Password. Und wir sehen, wir finden nicht mal irgendwas, ja. Also hier ist, ich weiß nicht, ob das einfach abgeschnitten ist, aber es ist auf jeden Fall nicht so einfach verfügbar. Was wir deswegen machen ist, wir wollen das ganze Ding vorverarbeiten. Und, naja, wir wissen ja genau, wie man Vorverarbeitung überhaupt macht. Das heißt, was wir machen wollen, ist, wir wollen hier oben eine neue Middleware einsetzen. Und ich mache das eigentlich ganz gerne so, dass ich hier oben erstmal die ganzen Gets mache. Ähm, und die Middleware hier drüber mache und dann unten drunter die Posts mache. Also das hier ist quasi meine Get. Das hier sind meine Postbefehle. Und hier oben habe ich die Middleware sozusagen. Und, äh, ja, oben drüber natürlich die Funktion. So, das heißt, was ich hier jetzt einbaue, ist im Endeffekt, ich sage App.Use. Und es gibt hier schon tatsächlich eine Middleware, die wir einfach so verwenden können. Wir haben hier hier oben auch schon, ähm, wo ist die denn eigentlich hin? Ah, die habe ich rausgeschmissen. Wir haben hier oben auch schon Express.Static verwendet. Ähm, und haben einfach gesagt, ey, mach mal den ganzen Ordler public, bitte public. Was wir auch machen können, ist, wir können nicht nur Express.Static verwenden, sondern wir verwenden jetzt auch Express.Json. Express.Json braucht, äh, keine Parameter. So. Express.Json braucht keine Parameter, sondern ist einfach so gültig. Und was jetzt passiert ist, ich starte das mal ganz kurz neu. Wenn ich jetzt diesen Request hier sende, dann bekomme ich hier unten leere Klammern. Das heißt, ich bekomme kein Undefined mehr, ja, sondern ich bekomme jetzt mein Undefined sozusagen als gültiges JSON-Objekt zurückgeliefert, ja. Das ist schon mal besser als davor, weil jetzt können wir mit diesem JSON-Objekt zumindest mal was anfangen, nur sind halt noch keine Daten drin. Das ist ein bisschen unpraktisch, dementsprechend, wir wollen ja auch die Daten, also, wir wollen ja hier Name und Password schon drin haben, ganz gerne. Und deswegen verwenden wir hier noch automatisch App.use, beziehungsweise, wisst ihr was, das geht so viel schneller, ähm, express.url-encoded. URL-encoded, ähm, ist eine, ja, eine Bibliothek, das zeige ich euch sofort. Wir brauchen hier noch das Extended is false. Ähm, so, und jetzt, wenn ich das Ganze mache, sende ich das Ganze nochmal rüber, und dann bekomme ich hier ein Object mit Null-Prototype, und ich habe hier drin meinen Namen Bob und mein Passwort 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, und was ich jetzt hier natürlich machen kann, ist, ich kann versuchen, mal auf den Namen zuzugreifen und den zu loggen und natürlich das Password. So, wir gucken uns nochmal ganz kurz an, wie das aussieht und hier sehen wir dann Bob und 1, 2, 3, 4, 5, 6. Das heißt, ich kann hier drauf zugreifen, wie auf ein reguläres JSON-Objekt und kann mit dem machen, was auch immer ich möchte. Das heißt, es ist halt ein gültiges JSON-Objekt, mit dem ich das ohne Probleme machen kann. Ich zeige euch nochmal kurz, was passiert, wenn ich das URL-encoded reinpacke, aber das Ganze nicht als JSON mache, den Teil hatten wir nämlich noch nicht. Und wenn ich das jetzt hier sende, dann sieht das so aus, wo ich auch im Endeffekt das Ganze als gültiges JSON-Objekt bekomme, sozusagen. Aber, ja, nicht immer, nicht in jedem Fall. Dementsprechend, aktuell brauchen wir JSON noch nicht zwingend, aber später werden wir es auf jeden Fall absolut dringend brauchen, um hier keine Fehler zu bekommen. Okay, jetzt, was ist dieses URL-encoded? Also, JSON ist im Endeffekt das JavaScript-Objekt-Format, sozusagen. Das sind diese Dinger hier. Das sieht so aus, dass wir hier im Endeffekt mit, ich mache hier tatsächlich mal eine Datei, um euch das zu zeigen. Wo ist es? Einfach nur eine Datei. Example.json. Also, so sehen JSON-Sachen aus. Das ist quasi, jetzt mal ganz kurz die Schreibweise davon. Wir haben immer geschweifte Klammern. Das definiert quasi mein Objekt von wo bis wo es geht. Und in einem Objekt habe ich mehrere Keys und Values. Das heißt, ich habe hier sowas wie Key, Doppelpunkt, äh, Value. Mein, ups, äh, Value. Mein Key kann natürlich, also mein Key 2 zum Beispiel, ähm, ich kann auch eine Zahl hintendran verstecken, das ist kein Problem. Das funktioniert wunderbar. Ich kann sogar mit meinem Key 3 in diesem Fall eine Liste hintendran verstecken, wenn ich das möchte. Und hier drin dann eben mehrere Sachen verbinden. Das heißt, 1, äh, 2 und so weiter und so fort. Ich kann hier auch wiederum JSON-Objekte als Key, äh, als Values definieren. Das heißt, ich kann hier auch sowas machen wie Key 4 und hier dann ein neues JSON-Objekt haben, was auch wieder aus Keys und Values besteht. Key, ähm, 4, 1 ist zum Beispiel dann eine Liste von 1, 2, 3, 4, 5 oder sowas. Also das ist quasi ein, ähm, ein gültiges JSON-Objekt. Und wenn ich jetzt hier drauf sage von Key, dann bekomme ich Value. Wenn ich von Key 2 sage, bekomme ich diese Zahl. Von Key 3, dann bekomme ich diese Liste. Von Key 3, von 0, bekomme ich 1. Von Key 4, von Key 4, Bodenstrich 1, bekomme ich diese Liste. Und so weiter und so fort. Ich glaube, ihr versteht das ganze Ding. Ist im Endeffekt eine riesige Datensammlung sozusagen, die ich hier übertrage. Und die kann ich hier auch in, ähm, meinem Request-Body verwenden. So, ähm, jetzt ist natürlich die tolle Sache, ähm, naja, in JSON wird mir das ja nicht direkt übermittelt, sondern, ich habe das hier oben schon mal angewählt, in x www form URL encoded. Ich kann das natürlich auch in RAW oder in Binary übermitteln, wenn ich eine Datei zum Beispiel übermitteln möchte, oder in Formulardaten. Aber der Standard sind eben diese x www form URL encoded. Das ist so ein bisschen, ähm, das Normale. Ich kann, wie gesagt, auch keine reinmachen, das geht genauso. Ich kann aber auch in den Headern zum Beispiel angeben, dass ich, ähm, wo sind wir, dass ich hier zum Beispiel statt dem Typ Application x www form URL encoded, dass ich das Ganze dann als Typ JSON haben möchte. Das machen APIs ganz gerne und dann muss man natürlich auch in der Lage sein, die JSON-Datei entgegenzunehmen. So, ähm, und ja, das ist im Endeffekt alles, was wir brauchen. Es funktioniert auf jeden Fall, wenn wir diese Sachen machen, also wenn ich jetzt, äh, quasi das so mache, wie bei mir im Code, dann kann ich hier mit JSON arbeiten, ich kann mit URL, äh, mit URL encoded Zeug arbeiten und, äh, dann kann ich einfach hier auf dem Body zugreifen und diese Daten dann weiterverarbeiten, sprich, in einer Datenbank prüfen, ob der Name Bob drin ist oder ob der Name Bob zu dem, also das Passwort 1, 2, 3, 4, 5, 6, zu dem Namen Bob passt, ja. Das sind alles solche Sachen, die ich dann damit machen kann. Ähm, all das werden wir, falls, also, wir machen hier erstmal so eine Grundlagenserie, das sage ich eigentlich jedes Mal am Anfang, aber ich glaube, diesmal habe ich es vergessen. Wir machen hier so eine Grundlagenserie erstmal, damit ihr wisst, wie man damit überhaupt umgeht und dann sagt ihr mir, was ihr noch braucht und, ähm, könnt natürlich auch mitarbeiten an dieser Reihe, das heißt, kontaktiert mich gerne, wenn ihr noch irgendwas braucht danach. und genau, das war es eigentlich von meiner Seite. Wir hören uns wieder beim nächsten Mal. So könnt ihr eben nämlich mit Daten umgehen. Bis dann. Ciao.